In diesem Video stellen wir Ihnen den Rohrausschleifer AL-150RS für Rohrprofile mit einem Durchmesser von 20 bis 114,3 mm der Firma Almi vor. Überall dort, wo Rohrprofile mit einem gewünschten Winkel zwischen 30 und 90 Grad ausgeschliffen werden müssen, sorgen Almi Rohrausschleifer für höchste Präzision. Durch ihre massive Bauweise mit einem Gewicht von 270 kg kann die Maschine mit einer hohen Bandgeschwindigkeit von ca. 42 m die Sekunde arbeiten, ohne an Qualität einzubüßen. Im Vergleich zur Konkurrenz schleifen Sie somit bis zu dreimal schneller und auch das Band hält wesentlich länger. Hinzu kommt, dass das Material nicht verfärbt und kein Schleifgrad entsteht. Dies wird erreicht durch eine optimale Abstimmung zwischen speziell entwickelter Bänder und dem Motor. Nach dem Ausschleifen können Profile und Rohre auf der Hinterseite der Maschine entgratet werden und auch der Austausch der Bänder und Rollen ist mit wenigen Handgriffen erledigt, um auch bei unterschiedlichen Durchmessern schnell und wirtschaftlich arbeiten zu können. Für kleinere Durchmesser wurde ein spezielles Band entwickelt, um auch hier die Geschwindigkeit der Maschine ausnutzen zu können, ohne den Verschleiß des Bandes durch Knicken nennenswert zu erhöhen. Die Maschine kann mit einer optionalen Absaugeinrichtung ausgestattet werden, um Feinstaub aufzufangen und so die Bearbeitung sauberer zu machen. Bei Fragen zur Weiterverwendung Ihrer bisher genutzten Bänder oder einer Absauganlage wenden Sie sich einfach an uns.